Ich möchte schon mal geben. Ich habe immer den Wettbewerb mitgemacht, wenn ich es nicht geschafft hätte, aber schon mal in der Lage bin. Aber du weißt nicht, ob ich es auch sagst, ach, ich denke nicht, dass mein Sein einfach der Schattest ist. Die stehe sich eh als Tipp, bitte fern, bevor sie überfährt. Ich möchte es malen. Ja, also das habe ich mir verlegt, dass ich ihn auf den Hals mache, aber auch als ich hier war, habe ich gedacht, da könnte ich doch das Gitterzeichen machen. Und das Gitterzeichen. Aber dann wird es guter. Das ist doch gleich. Ich habe das Gitterzeichen gehabt. Ich sehe jetzt sicher ausgemalt, ich habe das Gitterzeichen gehabt. Das ist sicher noch schön. Ja, das weiss ich noch nicht. Sie hat den Neiben gespielt oder verschwunden. Sie hat besser dann auch das Gitterzeichen gehabt. Das ist noch nicht. Das sehen wir dann. Ja, also das heißt, jetzt habe ich mir überlegt, so ein Tino, der meine Leibchen schreibt. Also, vorhin habe ich mir überlegt, dass ich da auf den gelben Schleifern, so ein Hobbybett durchschreiben, aber auch nachher so, wo ich nicht benutzen wollte. Und vielleicht möchte ich mit Mario Raimondi oder Hakan Gacki noch, oder vielleicht noch Wolfen. Ja. 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 Ja.